Alle wollen sie, nur wenige bekommen sie die Bühne der Halbzeit Show im alljährlichen Superbowl-Finale ist heiß begehrt. Da wirkt es fast ungerecht, dass US-Popstar Justin Timberlake im kommenden Jahr zum dritten Mal dort auftreten wird. Gefühle dieser Art werden jedoch schnell verfliegen, betrachtet man die Freude des 36-Jährigen, der die frohe Botschaft am Sonntag auf Twitter verkündete. An seiner Seite US-Komiker Jimmy Fallon. Ich habe die Halbzeit, schreibt Timberlake, während zeitgleich die US-amerikanische Football-Liga NFL ihn als Hauptkünstler beim Finale am 4. Februar 2018 in Minnesota bestätigt. I have the time. Half-the-time. . . route to Pepsi have time route display at Pepsi at NFL at Jimmy Fallon at Fallon tonight pic.twitter.com-4Z4 diese 29 L3X. Justin Timberlake at Timberlake 23. Oktober 2017 Timberlake, Janet Jackson und der Nippe geht. Der Auftritt findet 14 Jahre nach dem letzten Auftritt Timberlakes beim Superbowl statt. Damals sorgte er gemeinsam mit der Sängerin Janet Jackson für einen Skandal. Am Ende ihrer Scher riss Timberlake einen Teil des Oberteils Jacksons ab und entblößte ihre Brustwatze. . . . Es Medien betitelten den Vorfall als Nippe geht, die Musiker sprachen von einem defekten Kostüm Jacksons. Seitdem wird der Superbowl mit einer Verzögerung von 5 Sekunden ausgestrahlt, um bei möglichen Pannen eine Übertragung zu verhindern. . . . Am Jahr 2001 trat Timberlake erstmals beim Superbowl auf, damals noch als Teil der Boy-Group in Zink. . . .